WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 Damien Dörf. Etta Hu. Danny Murphy. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Das ist die Möglichkeit, jetzt ein Konter. Der Schießrichter pfeift, ein Handspiel. Dempsey. Etta Hu. Damien Dörf. Also so kommen sie nie auf einen grünen Zweig, weil dieser Chance verliert. Und das sorgt für ganz viel Frust, da bin ich mir sicher. Und jetzt Robin van Persie. Wilshere. Das muss es sein! Der Beide-Tore geht so gut oder der Beide-Spieler so schlecht? Für mich war es der Keeper, der da sensationell reagiert. Damit hast du selten davon. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Wilshere. Da freut sich der Trainer. Jetzt gibt's eine Möglichkeit für Arsenal. Musste er den jetzt verziehen? Nein, wenn er richtig zum Ball steht, nicht. Jus. Eine knappe Bausenführung. 1 zu 0 nach 40 Minuten. Ein paar mehr Tore. Das wär's gewesen. Aber wir setzen ganz auf Halbzeit 2.